im mute ich schreibe nicht so viel rum oder ne ne ein bisschen nur das muss ich euch wieder zur ruhe bringen ich bin die ruhe selbst 83 das ist am schnittim ja machen wir die phase 2 hat ja auch schon eine runde drin was ja von 883 habe ich niemals dass du das doch ich bin bei d83 ich hab 8 oder 1 scheisse meiner geld von paradise pines okay gut luck dir auch wo landest du stuhl oder so oder irgendwo keine ahnung ich hab ein ganz schlechtes gefühl dass ich hier wieder keine pump finde ja ich schau mal den stream und beleidigt paar leute kap mal kurz den classic chef versteckt ganz kurz ich hab keinen bock auf wie low kann man sein ja kein bock neben mir hat auch schon einer geschossen das wäre wieder so ein fight dann gehe ich ein dann sind hier drei leute und auf das habe ich gar keine lust der hat mich vorhin abgefuckt dann fack ich ihn ab was sagt das meine ich mit brain spielen ich bin nicht mechanically nicht der krasseste dafür spiele ich einfach mit gehirn alter mit gehirn oh mein gott bro das habe ich mir einfach gut für entgegen das habe ich mir einfach gut für entgegen ich habe jetzt schon wieder bock auf diese trainieren chill kurz bruder ich hab vielleicht einen minigun komisch so wie kann ich nicht so ekel spielen alter für diese Runde Sohn Alter Bro, alles klar Bro, das ist so lächerlich Ich gehe in Fight rein und werde ge-heavy-snipe von der Seite Oh mein Gott, guck mal, da habe ich schon gar keinen Bock mehr auf das Game Steiler killt jeden in meiner Läubigen Rüchbock Ich habe einen ge-heavy-snipe, so wie ich es gesagt habe Tut mir leid für ihn Ich habe einen so gerade ge-heavy-snipe, 157 in seinen Kaffer In was? In seinen Kuffer Ich weiß nicht was das heißt, das sagen sie immer, wenn man mit Julian chillt Erst mal markieren, dass er da drin ist Komm, ich will den Kill Komm, 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 komm Ist gut? Nein Wenn wir kommen, wird es laut Ich finde am besten von dem Lied ist nochmal das A wimba wib, a wimba wib Du könnt barrieren Ginger, ey Geil Du hell, ist alter der Combat Ich fick jetzt deine Mom Chillig, chillig jetzt hier wieder Genau sowas brauche ich Genau deswegen bin ich hier drin Digga, ey, ich camp rein mit der Kiste Warte, bis sie die öffnet weil ich schon ne Tack hab Gib ihm 30er Headshot und er hat mit Combat Wie 30 wir können jetzt mal scheiße also wusste ich runter kommen aber ich hab keine ahnung wo ich sonst landen sollte anstatt loot lake eigentlich sind alle spots trash meine mutter hat das handy vorbei gebracht loot lake ist auch trash dann muss ich ja unbedingt wenn ich loot lake bin dann muss ich dann die leute dort klatschen damit ich überhaupt decent loot habe oh ja ist das ein bot bro ich gebe mit einem revolver gegen jemand den smg hat als würdest du sagen du bist es ich bin es ich bin es ich bin es ich bin es krank mein gott habe ich gerade erschrocken guck mal du kleine sau dieser bierbauch streamsnap mich ne oh mein gott wer ist das schon wieder das ist schon wieder dieser bierbauch typ oder ich sage euch jetzt einsatz dieses dass dieses dass dieser bierbauch typ das ist dieser bierbauch ich werde ihn auch direkt anmelden bei pente das ist der gleiche skin eins zu eins die ganze zeit ich hoffe dann auf möglicher habe ich keine lust zu spielen macht das auch wirklich kein spaß also klar war es ein verfickter dummer hurensohn das ist krank alter klar habe ich drei verschiedene verteile aber er ist schon die vierte runde in folge immer dann zu mir kommt er doch instant zu mir impuls er geht von diesem mir oder wie hieß ne bierbauch er bierbauch fast selber abgecheckt viermal hintereinander vor allem das problem ist erhob mich ja nicht mal wer grüft halt meine games jetzt noch jetzt noch jetzt noch Oh mein Gott, du warst so Hubschramp, Digger. Wollte wissen, was mir gerade passiert ist? Du hast die Hose geschissen, das hat wehgetan. Ich war neben Plässen am Berg, ich war im Heiko und hat alles. Zwei Leute fliegen, tötet dich aus der Luft. Natürlich höre ich es. Keiner landet neben mir, wohnpumpen von 200. Der ist jetzt schrei gefeiert. Schau scheiße auf. Bro! Er impuls 10 mal weg. Ey, ich hol mir den jetzt. Ich grüff seinen Game oder grüff meins. Bro, er hat 10 Impuls, Ned. Was willst du mir erzählen? Ach man, ich könnte wieder so gut dabei sein. Ich wurde 8er, weil er mich wohnpumpte. Ich hab's nicht gehört. Ich liebe dieses Game. Ach Bruder, ich hab kein Bomb mehr. Ganz gut bin ich raus. Ich hatte den auf wieviel AP? Das war der andere, der mich geholt hat. Der eine war Dings. Der eine war so low HP. Naja, okay. Okay. Tja, das war's. Wir sehen uns morgen wieder, ne? Äh, auf entspannt. Das war's. Das war's.